Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Und ja, ich hoffe ihr wisst das zu schätzen, dass jeden Tag zwei Videos jetzt kommen Ähm, ja ne Ist relativ aufwendig Und Ich weiß ehrlich gesagt nie, welchen ich von denen nehmen soll Ich bleibe einfach mal bei Metal Sonic Obwohl Metal Sonic hat Einen Nachtabeller hat, nämlich nur ein Feld Also ich nehme jetzt einfach irgendwann mit zwei Feldern Ah, ich behalte einfach Ich nehme einfach das Just for fun Und Kämpfer Abwechslung In einem Mario Aber da habe ich Mario schon Ich habe drei Helden, gell Ja genau, natürlich habe ich Mario Mario Komm, wir nehmen Wir nehmen den, äh, Odyssey Mario Ja Und komp Joa, wie gesagt Ich mache mir Ziemlich viel Arbeit jetzt Mit dem Ganzes Videos und so Jeden Tag zwei Videos Ich hoffe ihr wisst zu schätzen Okay Und Ich habe schon länger nicht mehr gespielt Oh, jetzt mache ich nicht mehr mehr Damage Okay Okay Ich muss erstmal schauen Nein Hey Hallo 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 Komm Ich kann irgendwie teilweise manche Attacken nicht durchführen Was manchmal echt abfuckt Lol Hey Hey Dabei weiß ich gar nicht, was ich für Attacken habe Lol Ich denke ich darf gegen die auf jeden Fall zweimal kämpfen Okay Oder meine Ult regelt es Ich weiß es nicht Wäre cool Komm Ich habe halt viel weniger Damage gerade gegen Melinda gemacht Als sie gegen mich Das vielleicht ein bisschen problematisch werden könnte Komm Die Musik hört sich auch ehrlich gesagt ein bisschen weihnachtlich an Ey Junge Kackrakete Okay Revanche Ich muss erst mit Mario spielen können Also Das fehlt mir noch Das sehe ich jetzt Das sehe ich auch ein Definitiv Ah Kritisch Okay Wie gesagt Jeden Tag Zwei Videos Heißt für mich einfach nur mehr Arbeit Komm 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 So Hey Oh Läu Ich will einfach trotzdem mehr Damage machen Alter Man kann ja nicht mal Man kann gar nichts machen Wenn um dieser Kack Blume drin ist Man kann nicht mal greifen What the fuck Komm Ja jetzt ist die Blume natürlich schon fast leer Das ist mal klar ne Ah Junge Was war da jetzt Ich probiere das jetzt noch einmal mit Mario Und wenn es da nicht klappt Dann Joa Dann nehme ich irgendeinen anderen Helden Aber What the fuck Ich also Ich brauche irgendeinen Helden Den ich auch wirklich kann Kann man nicht eigentlich sogar nachschocken Also ich weiß Die sind jetzt nicht damit rei Und Super Sprungschlag Ja irgendwie ging der nicht Keine Ahnung Also Ich habe zumindest nie den Gegner mit getroffen Äh Ah der Der Cape Sprung Reflektiert Geschosse Alter Junge Wie mich mit diesem Dämlichen Kack da nervt Komm 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 Oh no Ich wollte gerade schon sagen Wenn die das nämlich bekommt Dann ist es aus und vorbei Komm Jetzt hat Jetzt hat Ich fühl's Alter Was hat die für Kackattacken Die hat wirklich Dreck 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 Komm Die wirkliche Drecksattacken Muss man schon sagen Komm Jetzt hat Jetzt hat Also Also Ja ich kann Ich kann mit Mario Nicht gut spielen Aber ich wollte euch mal zeigen Keine Ahnung Die Leute die Mario können Werden sich jetzt denken Was spielt der da zusammen Aber Ich 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 hab's zumindest mal probiert Gell So Misch Wertkämpfer Oh Dürfen wir freischalten Dann würde ich sagen Spiel Aber Ähm Moment Ich glaub Griff ist gut Oder Griff gut Moment 2055 Weil wenn wir was anderes nehmen Das hat eigentlich nur 1865 Jetzt hat 2055 Kann ich Nimm das einfach mal Äh Kämpfer Wechsel ich dann aber definitiv Ich würd sagen Ich Nimm mal Schick Ähm Ja ich 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 Husten Und ich Bin Ich Ich Gib mein Bestes Wie gesagt Also Ich glaub Das mit 0% Kraft Ist Äh Ist Tief Useless Weil Man hat so schnell Mehr als 0 Was kann der Äh No Hm Ich Nimm einfach Eine Bananenkanone I don't know Auf jeden Fall kann man da Bananen schießen Dann hat man So eine Schade Also Ist ganz gut Aber Okay Ich hab gar keine Lol Komm Ey Komm Lol ich bin selber ausgerutscht Komm Äh Feuerblume Ey Leute das nennt man mal Damage Komm Und weg Wow Ein sehr schnelles Match auf jeden Fall Alle Lernjuwele Ach genau Ich muss mal was kaufen Im shop Ich mein wir haben den shop Freigeschaltet Aber ähm So was ist tolles Ach ich wollte ja den ähm Ding zeigen Diesen Baum den man dann da hat Den ähm Fähigkeiten Was ich was bauen Okay Ich hab glaub ich jetzt Neuenkämpfer oder so Ähm Machen wir mal das hier noch Ja Muss ich machen Geile Musik Ich liebe es 9200 Ne das kann ich gar nicht schaffen Das kann ich gar nicht schaffen Mit 9200 Ne 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 Das probier ich erst Also 9200 Alles klar Okay Wieso auch nicht Was gab's da Egal Ich mach jetzt mal Ich geh ein bisschen weiter 9200 Ähm Okay Ähm Wir haben jetzt wen freigeschaltet Miekämpfer gell Schwertkämpfer Ich möchte aber glaub ich nicht spielen Ich glaub ich möchte lieber shit spielen Weil Äh Schwertkämpfer Mie Ich weiß nicht Bin kein so großer Fan Von den Mie Charakteren Okay Ich probier's Ich probier's Rabbit Mario Kicken starten Mit einer Laser Knarre Bereut Komm Oh lord was ist das denn Für den Mieb Komm Alter was ist das denn Okay Alter was ist das Für ein komischer Schmarrn Junge Okay Ich komm damit nicht klar Hallo Ja werf Wirf bitte weg Okay Jetzt kann ich wieder normal kämpfen Äh Wow Okay Das war ein sehr langer Kampf Auf jeden Fall Ja Ne Sehr starker Gegner Muss man schon sagen Und Gegen Schick Bereut Gegner jagt nach Items Okay Ich muss ja nur Schick Erledigen Von daher Kann man alles andere Oni muss nicht nur Schick erledigen Muss auch den hier erledigen Ja Aber Irgendwie Es ist nicht gar nicht so gut gewesen Ne Sagen wir mal so So Ja Es geht schnell voran Masterhand Schlägt die Brücke kaputt Klack Ja Was ist jetzt hier Hindernisse Äh Hindernisse Weg verschwinden Lassen Sie sich Bünden Dazu bündelst du nur Hilfe von bestimmten Geister Die sich Des Problems Annehmen Ja Welche Geister Äh Ja aber wie Welche Geister Brauche ich denn Ach keine Ahnung Okay Hier ist auch noch zu Sprich Weiter geht's nach Oben Bumballon Fighter machen 4500 Ähm Drei Plätze Ich glaube das muss ich auf jeden Fall leveln Weil drei Plätze ist schon hart Irgendwie Das ist schon hart Ich weiß gar nicht was man da alles nehmen soll Hm Folgt dem Mund und kehrt sie dir zurück Ja Keine Ahnung was das alles ist Äh Ich nehme einfach mal dies Das andere Das geht Keine Ahnung Hm Ja ich Ich Kenn mich nicht aus Ich nehme einfach mal So Smash auf Zeit Sieg innerhalb des Zeitnummern zu gehen Das ist ein Spezial Manit Sprung auf den Gegner Okay Alles klar Der Setzt auf sein Ding ein Ja eigentlich Wenn man gegen so viele Kämpfer kämpft Dann kann man echt auch die ganze Zeit Nur den Schmarrn hier spammen Lol Ah ja Na gut ich Wurde natürlich dann nach links rüber Und dann Okay okay Ist das verwirrend Ist verwirrend Wenn auf beiden Seiten Als Gegner sind Und du musst dann Irgendwie so Damit rechnen Aber gut Okay Ja ich denke Wenn ich einfach In der Mitte kämpfe Dann Soll das eigentlich kein Problem sein Boah Junge Alter wie die alle auf dem Und die auf dem Haufen hocken Komm Was machen die für den Schmarrn Komm Die kämpfen irgendwie alle seltsam Komm Zack weg Mit dir Komm Alter Das ist für ein komischer Kampf Keine Ahnung was man kämpft Wie man kämpfen soll Weil es irgendwie tausende Gegner sind Oh Gott Oh Gott Alter zum Glück Konnte ich mich noch befreien Das wäre ganz ziemlich blöd Ja wow Ähm Ja ne Soviel dazu Und wieder zurück freigeschalten Alles klar von Level 3 auf Level 1 Level 22 Wieso auch nicht Ist mal gar nicht übertrieben oder so So Äh Jetzt hier mal Lern you Wie Lässt du mir Wissensbaum Amtrag Gar mehr lernen Genau Und den Wissensbaum Willst du uns jetzt anschauen Zack Genau Denn Da hab ich ja noch gar nichts gemacht Da hab ich 55 Okay Kann man ein bisschen raus scrollen Ne kann man nicht Okay Dann geh ich wieder rein Wie groß ist der denn Man hat ja keine Übersicht Oder so Ja gut Okay Es ist ja relativ übersichtlich Ähm Schadengriffe Versteck den Schadengriffe Leicht Und Leicht Den Okay Ich mach einfach mal das hier Ähm Unterhaltsbezünd Schaden Leicht Stärkere Abwehr Hier ist auch ganz interessantes Zeug Okay Ich mach einfach mal Das hier Es kann auch ausschalten Wieso sollte man jetzt ausschalten Ähm Ah okay Was es hier alles gibt Ja Das hier unten ist halt dann alles relativ stark Ähm Bei unter 30% Schaden Ja Leicht 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 Abwehr Nimm ich auch Jetzt beides ein Ähm Moment Ich hab nur noch Soll ich das noch nehmen Verkürzt starre Unverwundbarkeitsphase beim Landen Na jetzt auch mal Ich hab hier einfach mal die drei Sachen ausgewählt Ich kenn mich nicht aus Das hab ich jetzt einfach mal genommen Ich denke es sollte mir auf jeden Fall weiterhelfen Und zwar bei Bordcourt und Barst Und ich darf gegen Simon kämpfen Okay Aber dann muss ich mal Nimm ich irgendwas starkes Nämlich Ähm Ich soll nicht Sonic oder Ja gut Wollte ich einen Christian Lee Ähm Nicht Vielleicht einen Sonic Und ja Dann Ab geht's in den Kampf Mal schauen Mal schauen Mal schauen Spezialstandard ein Okay Bereit Oh Leute Ja ich dachte mir grad schon Alter Ihr setzt Oft ein Oft ist gar keine Oft ist gar kein Begriff dafür Wie oft Alter was ist das denn Komm Und weg Gewonnen Wow Echt super gut Das muss man schon sagen Achso falls ihr irgendwie Tipps habt Was da am besten ist Von den Fähigkeiten und sowas Von den Geistern Gerne rein in die Kommentare Ich hab da keine Ahnung Ehrlich gesagt Ich geb mir mal mein Bestes Und ja Wie gesagt Dann Kann ich jetzt sogar reparieren Ja Okay Ist direkt neben mir Ich weiß Das machen wir dann aber Nächste Folge Geht's hier oben nicht auch lang Ne geht's nicht lang Das dickicht Okay Ja das machen wir dann Nächste Folge Und dann würde ich sagen War's mit der Folge Hab mal schönen Tag Macht's gut Bis zum nächsten Folge Oder bis zum nächsten Stream Und ja Ciao ciao